In der heutigen Folge dreht sich alles um Laufsandalen. Hier ist Axel Schemberg vom Rennsandale-Podcast, was wir hier gar nicht mitbekommen. Die müssen alle immer in Sandalen laufen. Darum hat man von denen noch nichts gehört, weil das bei gewissen Sportarten wie Fußball sind Sandalen oder auch bei Fußball wahrscheinlich eine relativ doofe Idee, wenn alle anderen Stollenschuhe haben und du hast Sandalen an. Nein, also die sind nicht wasserdicht. Nicht? Das heißt, wenn es regnet, werden die Füße nass und das kriegst du auch mit Imprägnierung nicht hin. Also ich habe es wochenlang ausprobiert im südostasischen Regenwald. Und da gibt es jetzt noch das Beste. Das denn heißt, ihr habt noch eine kleine Säge. Und dann können wir das Beste und die sich nehmen und die hier sagen. Und dann können wir das Beste und die da unten weggehen. Und dann könnt ihr das Beste und die Beste ausprobieren.